Hallo YouTube und willkommen zu unserem monatlichen Update. Dieses Mal gibt es einiges, was wir uns anschauen sollten. Mehr als 20 Neuerungen habe ich einmal rausgesucht. Deswegen lasst uns einmal direkt anfangen. Zunächst einmal eine Ankündigung. Außer Betriebnahme der Mobile App für Stream wird zum 1. Juli diesen Jahres erfolgen. Falls ihr diese Applikation noch nutzt, stellt euch darauf ein, dass sie zukünftig nicht funktioniert. Und ich hoffe, dass ihr zum heutigen Zeitpunkt auch schon euren Content in Richtung SharePoint migriert habt. Beginnen wir einmal mit den richtigen Neuerungen. Und hier haben wir zunächst einmal die Loop-Komponenten kommen nach OneDrive. Wir sehen es hier oben. Im Bereich Einfügen werden wir dann die Loop-Komponenten, hier haben wir sie, so wie wir es auch in Teams oder in anderen Applikationen kennen, per Dropdown öffnen können. Und dann können wir hier die entsprechenden Loop-Komponenten nutzen. Hat ein wenig gedauert, aber jetzt kommt Loop auch nach OneNote. Gehen wir einfach mal weiter in den Bereich OneDrive. Und hier seht ihr es auch schon. Der Copilot soll in diesem Monat auch in OneDrive verfügbar sein. Bei mir funktioniert das Ganze leider noch nicht. Deswegen kann ich es euch nicht live zeigen. Aber wir haben ja noch ein paar Tage. Wird interessant zu sehen, wenn das Ganze veröffentlicht wird, ob wir vielleicht auch sagen können, gib mir bitte eine Zusammenfassung zu Ordner XY und sämtlichen Daten, die in diesem Ordner liegen. Ich bin gespannt, was alles möglich sein wird, wenn der Copilot Richtung OneDrive kommt. Werden wir uns auch noch mal gemeinsam anschauen. Dann gibt es in OneDrive und SharePoint noch eine Neuerung, wie wir PDF-Dokumente bearbeiten können. Zunächst einmal hier oben in dem Bereich werden wir den Button Edit haben. Wenn wir hier draufklicken, öffnet sich links an der Seite diese kleine Toolbar. Die Funktionen sind keine Weltneuheit. Die hatten wir teilweise vorher auch schon zur Verfügung. Aber die gesamte Verpackung, das gesamte Design sieht ein bisschen anders aus. Von den Funktionalitäten ändert sich nicht wirklich viel. Allerdings ist das Design ein bisschen anders als das, was ihr eventuell aus der Vergangenheit kennt. Und damit springen wir weiter Richtung SharePoint. Hier muss ich euch auf jeden Fall noch mal das Brand Center vorstellen. Und zwar, wenn wir im Microsoft 365 Admin Center sind, haben wir in den Einstellungen die Organisationsweiten Einstellungen. Hier finden wir das Brand Center. Im Mai bis Juni soll das Ganze released werden. Allerdings ist das Ganze hier ein Preview. Das heißt in der Vorschau. Es ist noch nichts Finales. In diesem Brand Center können wir Seiten hinterlegen, wo unsere Mitarbeiter entsprechende Corporate Identity Inhalte finden können. Sei es jetzt Logos, Schriftarten oder Inhalte, die ein Mitarbeiter benötigt, wenn er in SharePoint oder Viva Connections etwas anpassen oder erstellen möchte. Soll das Ganze ein bisschen einfacher und übersichtlicher machen. Es gab natürlich auch schon in der Vergangenheit immer die Möglichkeit, eine Bibliothek zu erstellen. Sie allen zur Verfügung zu stellen. Aber das Ganze geht hier noch mal in eine etwas spezifische Richtung. Klingt sehr cool und sehr interessant. Mal schauen, wie es dann am Ende des Tages aussehen wird. Und für dieses Brand Center habe ich auch schon die erste Neuerung für euch vorbereitet. Hier sehen wir das Brand Center zum einen. Aber die eigentliche Neuerung, um die es geht, sind Schriftarten. Wir haben jetzt spezielle Schriftarten gekauft, die es im Standard nicht gibt. Diese können wir dann im Brand Center hinterlegen, sodass jeder, der Content im SharePoint oder in Viva Connections erstellt, auf diese Schriftarten zugreifen kann. Das Ganze soll dann auch, wenn das Brand Center veröffentlicht wird, direkt zur Verfügung stehen. Klingt interessant. Mal schauen, wie es funktioniert. Dann haben wir die Archivierung von nicht mehr benötigten Websites in SharePoint. Das Schöne hierbei ist, wenn eine SharePoint-Bibliothek archiviert wird, benötigt sie nicht mehr 100% des Speicherplatzes. Also der Speicherplatz, den dieses archivierte Team einnimmt, ist reduziert. Teilweise hat man schon gesehen, dass das bis zu 25% runtergedrückt wird. Also die archivierte Website hat dann nur noch 25% der eigentlichen Kapazität, die es beansprucht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, gerade für diejenigen, die an das Limit des Speicherplatzes kommen. Speicherplatz in SharePoint ist sehr, sehr teuer. Das könnte eine wunderbare Lösung sein, gerade für die Dokumente, die ich nicht tagtäglich brauche, aber die ich aus Revisionsgründen oder auch aus Aufbewahrungsgründen noch in der Hinterhand haben muss, um eventuell beim Fall der Fälle etwas vorzeigen zu können. Oder natürlich auch, wenn der Wirtschaftsprüfer oder irgendein anderer Prüfer um die Ecke kommt. Sehr cooles Feature, sehr coole Funktion. Mal schauen, ob es auch die ganzen Versprechungen erfüllen kann, die so im Raum stehen. Dann gehen wir einmal weiter in einen bekannten Bereich. Wir haben hier unsere SharePoint-Abschnitte. Im rechten Bereich, das kennen wir. Hier können wir die Spalten einstellen. Hier können wir so ein bisschen den Stil einstellen. Und hier in der Mitte haben wir die Möglichkeit, Ausrichtungen vorzunehmen. Das heißt, die Inhalte, die wir erstellen, können so wie in Word, Excel und PowerPoint auch ausgerichtet werden. In SharePoint war das bislang nicht so einfach möglich. Zukünftig gibt es dann hier die entsprechende Funktion, die ihr dann auf der rechten Seite findet, wenn ihr einen Abschnitt bearbeitet. Und weiter geht es mit der nächsten Funktion. Das Banner bekommt ein Update. Die Funktionalität des Banners verändert sich nicht. Es gibt aber Aktualisierungen im Titelbereich. Wenn ihr eine Page oder einen News-Banner stellt, das Ganze seht ihr hier. Hier oben in dem Bereich haben wir die Möglichkeit, den Titel zu verändern. Location können wir nicht verändern. Wir haben aber die Möglichkeit, auf die Versionierung zuzugreifen. Und hier rechts haben wir dann auch nochmal zusätzliche Funktionen. Also keine komplette Neuheit, aber eine Überarbeitung dessen, was wir schon kennen. Dann springen wir natürlich einmal weiter zur nächsten Funktion. Das ist auch die letzte SharePoint-Funktion, die ich für euch habe. So, jetzt funktioniert auch mein Laserpointer. Ist allerdings nur für die Premium-Variante von SharePoint verfügbar. Und zwar haben wir zukünftig die Möglichkeit, Inhaltsabfragen in Dokumentenbibliotheken zu stellen. Wir erstellen eine neue Dokumentenbibliothek. Und wenn wir in diese Dokumentenbibliothek hineinspringen, haben wir hier oben dann die Möglichkeit, die Abfrage zu spezialisieren, zu spezifizieren. Aber wie gesagt, das Ganze wird nur für die Premium-Variante von SharePoint funktionieren. Das ist die kleine Einbuße. Schade, aber für diejenigen, die Premium-SharePoint nutzen, die können sich vermutlich freuen. Gehen wir einmal weiter in den Bereich Outlook. Und hier wird sich die URL verändern. Wenn ihr in den Settings unterwegs seid, werdet ihr es jetzt hier in der Verteilergruppe sehen. Es wird auf das neue Portal verwiesen. Die entsprechenden Links werde ich euch in die Infobeschreibung packen. Dort wird dann zukünftig das Ganze zu finden sein. Wenn ihr also zukünftig Verteilerlisten bearbeiten möchtet, werdet ihr dann zukünftig auf das neue Portal verwiesen. Das alte wird kurzfristig, also bis Mitte dieses Jahres noch weiterhin funktionieren. Aber ersetzt bitte jetzt schon mal die ganzen Links, die ihr eventuell aufgebaut habt, so dass ihr dann nicht Mitte des Jahres oder vielleicht Ende des Jahres gegen eine Wand lauft und eure Verteilerlisten weiterhin zuverlässig und vernünftig pflegen könnt. Die nächste Funktion für Outlook ist eine verbesserte Version der Arbeitszeiten und des Arbeitsorts. Hier oben im Kalender in der obersten Zeile sehen wir es jetzt zum Beispiel hier. Hier haben wir ein kleines Häuschen, das steht für Remote, also Homeoffice. In dem Bereich haben wir die Großübersicht. Da sehen wir so ein kleines Bürogebäude. Das steht dann fürs Office und hier rechts haben wir wieder das Häuschen. Das steht dann entsprechend wieder für Remote. Zusätzlich haben wir hier auch noch Arbeitszeiten. Wenn wir in einen Termin hineinspringen oder auf eine Person drüber hufern, in Teams haben wir das schon ein bisschen länger. Jetzt kommt es aber auch nach Outlook. Haben wir dann einmal die Möglichkeit zu sehen, ist die Person im Office? Wie viele Personen sind im Office? Wo findet dieser Termin statt? Im Office, im Gebäude, Uhrzeit. Das alles können wir dann zukünftig oder auch jetzt schon sehen. Bei mir funktioniert alles noch nicht komplett. Einen Teil habe ich schon zur Verfügung. Aber das, was quasi in Teams möglich ist, wird jetzt auch Richtung Outlook kommen. Wunderbare Anpassung. Dann springen wir einmal weiter in die Mobile App. Und hier haben wir die Möglichkeit, direkt in einen Besprechungschat von Teams zu springen, wenn das Ganze natürlich auch als entsprechende Besprechung angelegt ist. Somit habt ihr die Möglichkeit, aus Outlook heraus direkt in Absprung Richtung Besprechungschat in Teams durchzuführen. Auch wieder interessante, coole Funktion. Die vorletzte Funktion, die ich für euch habe, klingt interessant. Aber Vorsicht. Zur Vorsicht kommen wir später. Wir fangen einmal an von rechts nach links. Ein Termin kommt rein. Wir können sagen, ja, nein. Das war bislang immer möglich. Wir können zukünftig sagen, folgen. Folgen heißt, ich kann an der Besprechung nicht teilnehmen, möchte aber entsprechend informiert werden. Hier in diesem Beispiel bezieht sich das auf die Aufzeichnung. Ich kann am Termin nicht teilnehmen. Über Teams wird eine Aufzeichnung gestartet. Und im Nachgang, wenn die Aufzeichnung verfügbar ist, werde ich als User, der das Following aktiviert hat, darüber informiert, dass es eine Aufzeichnung gibt. Und wenn ich dann Zeit und Lust habe, kann ich mir das Ganze natürlich auch nochmal anschauen und angucken, so dass ich top informiert bin. Die Funktion an sich genial und hätte schon vor längerer Zeit kommen müssen. Das große Aber, was ich jetzt hier sehe, ist, es wird global erst einmal für alle funktionieren. Im Hintergrund wird wahrscheinlich wieder eine KI stehen und KI lässt sich Microsoft eigentlich zusätzlich lizenzieren. Meine Sorge ist, nachdem wir uns an die Funktion gewöhnt haben, so wie in vielen Teams-Funktionen auch, wird daraus irgendwie eine Premium-Funktion oder eine Copilot-Funktion, so dass wir zusätzlich dafür zahlen müssen. Zum Release ist das nicht der Fall. Es ist jetzt auch noch nicht abzusehen, dass es so kommt, wie ich es mir denke. Aber ich hoffe, ich täusche mich, so dass wir diese Funktion dauerhaft kostenlos nutzen können und nicht eventuell ein Preisschuld an diese Funktion bekommen. Lasst uns mal schauen, was am Ende des Tages hier auf uns zukommt und ob sie dauerhaft kostenlos sein wird. Und damit kommen wir zur letzten Funktion, zumindest für Outlook. Hier haben wir die Kategorisierung. Also in der Desktop-Applikation und in der Web-Applikation können wir Kategorien anlegen. In der Mobile-App wurden sie bislang nicht immer angezeigt bzw. gar nicht angezeigt. Das Ganze soll sich jetzt ändern und ihr seht jetzt hier die entsprechenden Tags. Vergleichbare Tags gab es für extern gelabelte E-Mails. Und jetzt halt auch für unsere persönlichen Kategorien wird das Ganze zukünftig zur Verfügung stehen. Coole Funktion. Springen wir einfach mal in den Bereich Microsoft 365. Hier gibt es auch neue Funktionen. Das Erste ist, wir können das Cloud-Updating zukünftig deaktivieren für den monatlichen Channel und für den aktiven Channel. Im Microsoft 365 Apps Admin Center finden wir dann auch die entsprechende Funktion. Hier haben wir sie, Cloud-Update. Und hier haben wir dann auch den Status Current. Dieses Admin Center ist auch das Admin Center, wo ihr die verbundenen Erfahrungen, also die Connected Experience, deaktivieren könnt. Hier werdet ihr das Ganze finden und könnt dann auch entsprechend diese Einstellungen tätigen. Für dieses Admin Center braucht ihr einen zusätzlichen Link. Den packe ich euch auch nochmal in die Infobeschreibung, denn die meisten kennen dieses Admin Center nicht und auch diesen Link nicht. Dann könnt ihr auf jeden Fall direkt testen, ob das Ganze bei euch zur Verfügung steht. Es soll ab sofort zur Verfügung stehen. Und wenn ihr das Ganze deaktivieren möchtet, könnt ihr das Ganze dann auch direkt durchführen. Springen wir einmal in den Bereich Organisationsweite Nachrichten. Klingt sehr interessant. Es soll im Mai auf uns zukommen. Was verbirgt sich dahinter? Im Microsoft 365 Admin Center bei den Reports haben wir die Organisationsweiten Nachrichten. Wenn wir das Ganze öffnen, bekommen wir hier diese Übersicht. Wir haben hier auch eine kleine Darstellung der Nachrichten, die wir schon verschickt haben. Und wenn wir sagen Create New Message, haben wir hier eine kleine Übersicht, wo wir aus verschiedenen Vorlagen wählen können, beziehungsweise auch Kategorien wählen können, erstellen unsere Nachricht. Und diese Nachricht, hier haben wir die Windows 11 Benachrichtigung, wird dann direkt als organisationsweite Nachricht gepusht, ausgelöst und unsere User bekommen die Information. Eignet sich natürlich auch, wie man es hier schon sieht, für den Bereich Adoption, Onboarding oder auch für Services. Wenn irgendein Service ausfällt, können wir direkt pushen und sagen, Leute, Teams steht nicht zur Verfügung, Outlook steht nicht zur Verfügung oder irgendwelche anderen Dienste sind eingeschränkt oder stehen nicht zur Verfügung. Oder auch, wenn wir neue Schulungsinhalte haben, können wir die auch pushen. Ist von der Idee und wie es jetzt hier dargestellt wird, eine sehr coole Funktion. Warten wir mal ab, was da wirklich auf uns zukommt und wie es funktioniert. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Funktion für Microsoft 365. Hier haben wir in der Suche neue Inhaltsfilter. Wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, sehen wir ein paar neue Filter, die hinzukommen. Das Ganze könnte im Mai auf uns zukommen, könnte aber auch im Juni auf uns zukommen. Klingt interessant, macht dann auch die Microsoft Suche nochmal ein bisschen besser, so dass wir dann auch auf spezielle Inhaltstypen filtern können und dann auch die Informationen und den Content spezifischer eingrenzen können und auch finden können, nachdem wir suchen. Gehen wir einmal weiter in den vorletzten Bereich, das ist mal wieder Co-Pilot. Der Microsoft Co-Pilot für M365 wird zukünftig in Viva eine Gruppe bekommen. Diese Gruppe wird in Viva Engage veröffentlicht werden. Hier sehen wir auch schon mal so ein paar kleine Screenshots. Das soll dabei helfen, den Co-Pilot im Unternehmen ein bisschen zu platzieren. Speziell auch an die User, die vielleicht vor allen anderen mit dem Co-Pilot starten können, so dass man sich hier austauschen kann, Informationen sammeln kann, Erfahrungen sammeln kann. Wenn man dann mit der Funktion in die große Fläche geht, dass das Ganze dann ein bisschen professioneller und auch fehlerfreier funktioniert, das soll das Ziel am Ende des Tages sein. Es soll alles standardmäßig und automatisiert in Viva Engage angelegt werden. Es klingt sehr interessant, könnte eine Blaupause für zukünftige Applikationen werden. Ich bin gespannt, wie das Ganze funktioniert, wenn es released wird und ob der Mehrwert auch der ist, der uns hier versprochen wird. Sind wir mal gespannt. Nun springen wir in den letzten Bereich, das ist der Purview-Bereich und das Schöne hier ist, Wenn wir ein Mac-Gerät haben und hier Daten versuchen abzulegen in der Cloud, die gelabelt sind, sensible Daten. Hier in dem Beispiel ist es ein Personalausweis. Erkennt unser System, dass es ein sensibler Datentyp ist, lässt er uns zukünftig diese Datei nicht mehr in der Cloud abspeichern. Das Ganze funktioniert für Windows-Geräte schon sehr, sehr lange. Jetzt soll das Ganze auch für Apple-Geräte, also Mac-Geräte funktionieren. Eine sehr coole Funktion. Wir mussten sehr lange darauf warten. Ich hoffe, dass das Ganze fehlerfrei über die Bühne geht. Und damit sind wir auch schon bei der vorletzten Funktion für dieses Update. Und bei dieser Funktion geht es darum, dass der Insider Risikomanager, also Insider Riskmanager, eine Zusammenfassungsfunktion erhalten soll, die über Copilot funktioniert. Wenn ihr dann also entsprechend die Copilot-Funktion habt, habt ihr dann auch, hier haben wir es, die Möglichkeit, über die ganzen anonymen Berichte, die wir hier bekommen haben, eine Zusammenfassung zu erstellen. Diese Zusammenfassung wird uns dann hier angezeigt. Dann muss ich nicht durch jeden einzelnen Bericht durchklicken, sondern schaue mir einfach die Zusammenfassung an, um zu erfahren, was passiert ist. Sehr cooler Anwendungsbereich, sehr coole Funktion. Die Admins könnten sich darüber freuen. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Funktion für heute und zur letzten Funktion für den Bereich Purview. Und hier geht es darum, dass die künstliche Intelligenz einen eigenen Hub bekommen soll. Dieser Hub soll in diesem Monat veröffentlicht werden. Ist allerdings auch noch in der Vorschau-Funktion. Heißt, es wird noch nicht alles perfekt funktionieren. Es wird noch nicht alles zur Verfügung stehen. Es wird noch nicht alles sauber funktionieren. Gibt uns aber allerdings schon mal einen kleinen Einblick, in welche Richtung das gehen könnte. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wenn ihr dieses KI-Tool von Microsoft oder verschiedene KI-Tools von Microsoft bereits nutzt und sehnsüchtig auf so einen Hub gewartet habt, freut euch. Im Mai könnte es soweit sein. Und damit bin ich für diesen Monat durch. Auf jeden Fall deutlich mehr als sonst. Ich hoffe, für euch war das ein oder andere dabei. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem Monat zum Update Juni wiederhören.